Also momentan glaube ich nicht, dass ich eine 11.25 laufe noch. Also ich habe jetzt noch einen Wettkampf vor den deutschen Meisterschaften und die deutschen Meisterschaften und das ist alles so ein bisschen auch vom Wetter abhängig und so. Also ich glaube, es wäre schon gut eine Medaille. So ein dritter Platz wäre auf jeden Fall optimal. Ob das jetzt klappt, weiß ich nicht. Ein vierter Platz wäre wahrscheinlich auch noch okay, aber viel schlechter wird dann schwierig. So ein dritter Platz. Vielen Dank. Das war's. 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 Das war's.